Hallo, ich begrüße Sie hier zu meinem Vortrag. Der Name Test einer kostenlosen Lernplattform mit integrierten Live-Schulungen via Teletutoring. Ich will mich kurz vorstellen, Konrad Rennert ist mein Name, ich bin Geschäftsführer der Blue Pages GmbH aus Kassel. Das ist ein kleines Unternehmen, was eben auch diese Technik des Teletutorings einbezieht, weil man damit Kosten sparen kann und eben auch gleichzeitig bundesweit oder deutschsprachig im Raum weit Schulungen anbieten kann. Ich präsentiere dazu ein Angebot an zwei Terminen pro Woche, wo das kostenlos ist. Jeder kann mitmachen, wenn er möchte. Die Playlist, die ich hier erstelle, dies ist das erste von drei Videos, die Einleitung, die wird insgesamt drei Videos enthalten. Das zweite Video behandelt die Software AlphaView, die ich kennengelernt habe bei meiner letzten Teletutoring-Tätigkeit für Alpha-Training. Und das Video 3, da geht es dann um den BigBlueButton oder die Software BigBlueButton, die in der aktuellen Moodle-Cloud-Version, die auch kostenlos bereitgestellt wird, enthalten ist. Ja, das habe ich gerade schon gesagt. Konrad.moodlecloud.com Das ist eine meiner Plattformen, die frei zugänglich sind. Das oder eine unserer Plattformen, die ist aber eben auf mich zugelassen, trägt auch meinen Vornamen. Öffentlich und kostenlos kann man da ab 19.30 Uhr am Dienstag und am Donnerstag diese Live-Vorträge anhören. Dienstags, da geht es um Quiz-Generatoren für Moodle. Das wird eine Excel-Arbeitsmappe sein, wo Vokabeln oder Quizfragen zum Computerführerschein drinstehen. Und daraus wird dann XML erzeugt, was man dann sofort in Moodle importieren kann, damit man eben hunderte oder tausende von Fragen ganz schnell bereitgestellt bekommt. Das gleiche funktioniert auch mit JavaScript. Und wie gesagt, in beiden wird dann Excel vorgestellt als Desktop-Sharing. Das heißt, Sie sehen, wenn Sie da Teilnehmer sind, was da auf dem Bildschirm abgeht. Und dazu setze ich das Produkt AlphaView ein. Am Donnerstag, da geht es um Moodle-Kurse, die zur Ergänzung der EZL-Vorbereitung bereitgestellt werden können. Die sind auch auf der Plattform, die hier genannt ist, in der Moodle-Cloud enthalten. Und da verwende ich dann den BigBlue-Button. Sie können sich anmelden per E-Mail an live-schulung-at-blue-pages.de. Aber Sie können auch einfach mit dem Benutzernamen EU, wie End-User oder die Abkürzung für Europa und dem Kennwort First, ist ja beides gelb dargestellt, können Sie sich einfach da anmelden und haben dann einen Gastzugang. Und da finden Sie dann also auch gleich diese Zugangsmöglichkeiten und diese Videos hier natürlich auch. So viel dazu. Leitgedanken zum Thema. Da wurde ich gerade angeregt. Ich war Ende Juni 2017 auf der Moodle-Mood in Mannheim, die dort in der Universität stattgefunden hat. Da war dann auch der Chefentwickler von Moodle, was ja an den Universitäten und an den Schulen die weitverbreitetste Lernplattform im deutschsprachigen Raum ist, der Martin Dagiamas, der war angereist und hat die Keynote am ersten Tag gehalten. Und ein Satz, den ich mir gemerkt habe, den ich hier zitiere, ist, To give the world the most effective platform for learning. Ich denke, das wissen Sie selbst, was das übersetzt heißt. Effizienz ist das Thema und dabei war der Schwerpunkt natürlich auch das mobile Lernen, mobile learning, war ja in Englisch der Vortrag und eben auch Lernen aus der Cloud. Deshalb bietet sein Unternehmen jetzt auch solche Cloud-Lösungen an, in der einfachsten Version wie hier, konradbudelcloud.com, die kostenlos sind. Und ich habe das bewusst kostenlos, die kostenlose Version eingesetzt. Ich habe ja auch noch eine richtige Version ohne irgendwelche Beschränkungen, weil damit beispielsweise Lehramtsstudenten oder Lehrer, die nicht auf andere angewiesen sein wollen, wenn sie da mit Moodle alle Verwaltungsakte selbst durchführen wollen, die können sich da einfach anmelden und diese Lernplattform nutzen. Ja, wenn man dann so eine Lernplattform hat, an der Schule hat man das ja, oder an Universitäten, dann ist da natürlich, so ist der Stand der Dinge, meistens sind PDF-Dateien, die da abgelegt wurden. Oder manche sagen auch, das ist ein PDF-Abwurfplatz oder ein PDF-Depot, was wir da mit Moodle haben. Aber Moodle kann eben viel mehr. Und das ist ja auch der Hintergedanke, den ich hier habe. Ich möchte Dienstleistungen verkaufen und Dienste verkaufen, wo man sieht, was man damit alles machen kann. Nach der Keynote von Martin Dagiamas, da habe ich mir überlegt, er hat ja recht, mit dem meisten, was er sagt. Und da stellte sich die Frage, was nutzt die beste Lernplattform ohne passende Content? Das, was da an Neuentwicklung drin ist, das kommt nicht zum Tragen, wenn da nur PDF-Dateien abgelegt werden, wie das ja zurzeit an den meisten Unis oder auch an vielen Schulen der Fall ist. Dann gibt es auch noch die Frage im Zusammenhang mit Tele-Tutoring, was nutzt die beste professionelle Konferenzsoftware, ohne dass es passenden Gesprächsstoff gibt mit einem Repositorium? Weil man kann dabei ja nicht einfach mal Bücher rumreichen oder rüberreichen oder Arbeitsblätter, wie das in der Schule geht, sondern wenn, wie ich das kürzlich erfahren habe, bei diesem Acht-Wochen-ECDL-Lehrgang, da muss man alles digital bereitstellen. Die Teilnehmer kriegen vor Ort vielleicht noch eine Unterlage verteilt vom Herd-Verlag, was ja hier in Deutschland so im Prinzip fast der Standard ist bei solchen Computerschulungen. Und dann das, was man nachreichen will, muss in Form von PDF bereitgestellt werden oder eben als Datei, was runtergeladen werden kann. Und da ist natürlich Moodle genau das richtige Repositorium. Da kann man eben alles ablegen und da kann man genau festlegen, wer zugreifen da. Das Fallbeispiel, was ich hier mit AlphaView ausführen will, beinhaltet eine Bildschirmübertragung. Das wird dann das zweite Video der Playlist sein. Dieses Jahr ist das erste. Dabei wird eine Excel-Arbeitsmappe mit Tabellen, da sind Vokabeln drin oder Aufgaben zum Computerführerschein, die wird bereitgestellt und die können Sie dann also auch einen Tag mal nutzen, um das wirklich an eigenen Augen nachzuvollziehen, was da vorgestellt wird. Und damit werden dann automatisch Quizfragen erzeugt. Der Ablauf in Excel wird kurz dargestellt, wie man das Makro startet. Und das sehen Sie hier in diesen drei Schritten. Man bearbeitet die Daten. In diesem Fall ist es eine deutsch-englische Vokabelliste. Dann kommt der Quizgenerator mit einer Programmierung zum Einsatz und das Ergebnis ist eine XML-Datei, die dann in der Lernplattform Moodle hochgeladen wird. Kann man aber dann auch mit JavaScript genauso machen, nur das passt dann hier nicht mehr hin. Ja, der Hintergrund zu diesem Quizgeneratoren ist, das war mein Vortrag auf der Moodle Mood, zum Thema Quizgeneratoren. What you test is what they learn. Das heißt, haben wir ja in der Schule schon gehabt, wenn wir wissen, was die Lehrer von uns prüfen, dann lernen wir genau das. Und wenn man viel prüft, dann muss man auch viel lernen. Hier habe ich also jetzt so ein Fallbeispiel im Hintergrund, einmal mit klassischem Notebook zu sehen und im Vordergrund den Chinesisch-Test eben am Smartphone. Beides wird also durch diese Quizgeneratoren natürlich ermöglicht. Dann an dem zweiten Termin am Donnerstag, da wird der BigBlueButton gezeigt. Da habe ich hier ein Beispiel mit Whiteboard-Einsatz. Da sieht man unten, da sind Schüler, die hier am Whiteboard sitzen, an mehreren Rechnern. Wird dieses Whiteboard betrieben? Das heißt, die sehen das wirklich nur am Bildschirm und nicht im Klassenraum. Und am Bildschirm haben sie dann die Aufgabe, man kann also da die Rechte weiterreichen an die einzelnen Schüler. Da haben sie dann die Aufgabe, zum Beispiel hier die Ozeane zu beschriften oder die Kontinente. Dieses Beispiel habe ich also auch in Mannheim präsentiert. Das, was dann auch noch vorgetragen wird in dem Zusammenhang mit dem BigBlueButton, ist die Zertifizierung von praxisnahem IT-Wissen. Da habe ich ja Erfahrung, jahrelange Erfahrung als ECDL-Trainer. Und da gibt es zu sieben Modulen auch Lernmaterial, was man also auch erwerben kann. Und das kann man sich hier auch auf der Plattform konrad.modelcloud.com anschauen. Also da ist der Einsatz der Nutzen kostenlos. Nur man darf es eben nicht herunterladen. Aber wenn Sie das möchten, können wir darüber sprechen. Jetzt möchte ich die beiden Produkte, bevor wir dann wirklich die im konkreten Video anschauen, möchte ich sie nochmal vergleichen, damit Sie sich also schon einen Eindruck verschaffen können über das, was Sie gleich im Video 2 und Video 3 der Playlist zu beurteilen haben. Bei AlphaView ist von Interesse, dass die Installation nur einmal notwendig ist. Das heißt, man lädt die Software runter, installiert die und dann funktioniert das auch, ohne dass man da immer wieder Wartezeiten hat. Diese Wartezeiten hat man beim BigBlueButton, da wird nur temporär installiert. Bei jedem Aufruf muss das also erneut geschehen. Ein anderer Punkt bei der Beurteilung ist die Gruppengröße. Bei AlphaView habe ich selbst erfahren, dass mit dieser Technologie, die da genutzt ist, durchaus eine Gruppengröße von mehr als 10 okay ist. Ich hatte bis zu 27 Teilnehmer und die konnten also meinen Vortrag alle zusammen, konnten die den lauschen. Ich habe dabei natürlich manchmal auch von denen nur Standbilder gesehen, aber das macht ja nichts. Die Sprache konnte ich trotzdem hören und sie mich auch. Bei BigBlueButton, da habe ich selbst die Erfahrung gemacht, da ist schon bei wenigen Teilnehmern so, dass das Bild ruckelt oder mal ausfällt. Selbst ein Provider, der hier in Deutschland seine Dienste anbietet, der sagt, die Gruppengröße bis 10 ist okay. Was darüber hinausgeht, das ist eigentlich nicht mehr sinnvoll. Das Desktop-Sharing, das heißt das Zeigen von Bildern, beispielsweise Erklären von Excel oder anderer Software, SAP, wurde ja da schon mal bei AlphaView genannt. Das funktioniert hervorragend mit AlphaView, das heißt hervorragend. Das ist also so, dass man da in seinem Arbeitsfluss nicht wesentlich gebremst wird, wenn man gegenüber dem Live-Unterricht. Bei BigBlueButton gibt es diese Option auch, aber die macht im Prinzip wenig Sinn, weil erst mal Software nachinstalliert werden muss bei jeder Vorführung und das dauert eben. Und dann ist das also sehr zeitverzögert. Es gibt in diesem Zusammenhang dann auch häufig Aussetzer. Das PDF-Sharing mit Whiteboard, das funktioniert natürlich hervorragend. Das werden Sie dann also auch im Video sehen. Die Kosten sind bei AlphaView nicht zu vernachlässigen. 299 Euro pro Monat, das ist erst mal abschreckend. Aber wenn man dann überlegt, wie viel Zeit eingespart wird gegenüber dem Reisen an einen zentralen Ort, wo die Schulung stattfindet, das ist das eine. Das andere, die Aussetzer, die man hier kaum hat, kann schon mal vorkommen, aber das ist nur ein Bruchteil dessen, was man beim BigBlueButton zu erwarten hat. Und wenn man da bei 10 Teilnehmern, die man einen Monat beschult, die Stunde pro Teilnehmer eben mit 30 Euro rechnet, dann ist da schon beim Ausfall von einer Stunde, ist das also schon eingespielt, dieser Mehrpreis. Und das wird mit Sicherheit mehr sein. Das heißt also, wer wirklich effizient unterrichten will, Live- und Desktop-Sharing benötigt, der kommt eben im Vergleich zum BigBlueButton hier gar nicht an AlphaView vorbei. BigBlueButton ist eben interessant für diejenigen, die keine großen Gruppen zu unterrichten haben und das eben auch mal machen wollen, weil das vielleicht Bestandteil vom Unterricht ist. Lehramtsstudenten oder Referendare oder Lehrer, die eben das mal üben wollen, wie das geht, um vielleicht mit Kindern oder Schülern oder Studenten sowas mal auszuprobieren und keine Kosten haben wollen, weil sie auch kein Budget dafür haben. Oder in diesem Fall habe ich ja hier auch noch gesagt, wenn man da einen deutschen Provider nimmt aus Datenschutzgründen, es gibt ja auch eine kostenlose Variante, aber die wird eben im Ausland gehostet, dann braucht man im Monat auch 39 Euro, um da seinen BigBlueButton zu hosten auf dem deutschsprachigen Server. Um die Vor- und Nachteile noch mal zusammenzufassen, das heißt, die Vorteile will ich hier nennen, die Nachteile habe ich ja eben schon genannt. Bei AlphaView ist eben überzeugend die einfache Handhabung, die gute Performance und eben, dass Sie SAP als Referenz haben. Dieses renommierte Unternehmen wird sicherlich nichts Halbgares einsetzen, um da Schulungen durchzuführen. Beim BigBlueButton ist eben der Vorteil, den ich nannte, sind die geringen Kosten und es ist ideal zum Üben für Einzelschulungen beziehungsweise Kleingruppen. Da kann man sich durchaus vorstellen, dass da ein Freiberufler, der Muttersprachler ist in irgendeiner x-belieblichen Sprache, der kann diese Lösung nehmen in der Moodle Cloud mit dem BigBlueButton, um da ein, zwei Schüler irgendwo auf der Welt mit so etwas live zu unterrichten und eben auch die PDF-Dokumente, die praktisch die Schulbücher, die man rüberreichen würde oder die Unterlagen, die man angefertigt hat, zu ersetzen. Und da ist also eine ganze Menge denkbar. Ja, das war es, was zur Einleitung gesagt werden soll. Im folgenden Video 2 geht es dann um AlphaView und im Video 3 um den BigBlueButton. Bis dahin bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.